Untertitelung. BR 2018 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 So, uh, the monument is here because of the birth sector of Iceland. Norway, 1874. And on his ship he had two wooden pillars. Und im Endeffekt haben wir die Pillars in Brekerief gefunden. Wir müssen ein bisschen bei uns bleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Sie sehen die Baby über hier? Ja, hier ist Jung. Hier ist Jung. Jung, hier ist Jung. Er schreit auch. Sie sehen? Ja, hier sieht ihn nicht mehr. Jawohl, er sieht nicht mehr aus. Ja, er sieht gut aus. Siekel, ich habe gesehen, ein Bruder, oder wenn man zwei Chicks hat, und eine ist stark und eine ist weak, oder die größte, und die andere will die größte. Und dann essen sie später. Ich habe es gesehen, ich habe es getan vor. Ja. So, das könnte auch passieren, vielleicht etwas, aber niemand war hier. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, und ich habe es mit dem Reis, ich habe es für etwas in den Beinen. Die Schreiber können die Fluss- und Fluss- und Fluss- und Fluss- und Fluss- und Fluss- und Fluss. Das war's für heute. Das ist gut. 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 Da ist gut. Das ist ein Mann in Eipro. Ich bin drei Jahre alt, der Wissenschaft ist, aber ich weiß nicht, ob es ein Kind war. Auf der Campus? Ja. Der Campus kommt schnell nach vier Uhr. Ich sehe, wir kommen noch hart nach Nese. Ja. Schoenen legen ist das? Ja! Aber dann die große Rufnag noch weg. Rufnag. Ja. And they all had a face to do. Und jetzt haben wir eine andere Maschine. Et ein Kumpel. Schoene Kumpels Celere. Ere ein Kumpel. Dimmst du Rufnag. Du bist alle auf dem Linie. Puh. Und jetzt kommt die Kumpels. Der Kumpelschreiber.